Ein Spruch ist mir immer noch in erinnern, weisst du, ich will ja nur dein Beste, ich will nur dein Geld. Er war der Krösus von Luzern, der Privatbankier Ernst Brunner. Seine Partys waren so legendär wie seine Fuchsjagden. Als 1970 sein Kartenhaus einstürzte, nahm er sich das Leben. Auf den Spuren eines Exzentrikers. Der Krösus von Luzern, Donnerstag, 20.05 Uhr, SRF 1.